Hallo, schön, dass du hier bist bei diesen positiven Affirmationen für den Morgen. Wiederhole die Affirmationen einfach nach mir und lass sie wirklich in deinem Körper wirken. Damit verdrahtest du dein Gehirn um auf mehr Positivität und dadurch automatisch mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und Achtsamkeit. Lass uns direkt losstarten. Ich werde diesen Tag heute ganz bewusst erfahren. Ich erlaube mir heute, genau so zu sein, wie ich bin. Ich begegne mir heute ganz liebevoll und sanft. Ich freue mich heute auf den Tag. Ich sage Ja zum Leben. Ich sage Ja zu mir selbst. Ich sage Ja zu mir mit all meinen Ecken und Kanten. Ich bin genau so richtig, wie ich bin. Ich bin liebenswert. Ich bin kreativ. Ich bin freudvoll. Ich bin einfach Ich. Und ich erlaube mir genauso zu sein, wie ich bin. Ich bin ein ganz einzigartiger Ausdruck von Liebe. Ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Ich begegne den Herausforderungen ganz bewusst. Ich erlaube jeder Emotion da zu sein. Ich vertraue meinem Körper. Ich vertraue meinem Körper. Das heißt, ich vertraue dem Leben. Ich lasse mich heute vom Leben überraschen. Ich werde den menschlichen Begegnungen ganz bewusst begegnen. Ich öffne mein Herz gegenüber mir und ich öffne mein Herz gegenüber anderen Menschen. Ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben mit all den Höhen und Tiefen. Alles gehört dazu. Ich fange immer mehr an, dem Leben wirklich zu vertrauen. Ich erkenne immer mehr, dass das Leben einen Plan hat. Und ich genieße genau diesen. Es ist schön, ich zu sein. Es ist schön, ich zu sein. Und ich nehme auch alle Unzulänglichkeiten von mir an. Die gehören auch dazu. Es ist vollkommen okay, nicht perfekt zu sein. Und ich begegne dem Leben heute so bewusst, wach und liebevoll, wie ich kann. Ich werde mir Zeit für mich nehmen. Ich werde mir Zeit für mich nehmen. Ich erlaube mir Zeit für Genuss. Ich erlaube mir Zeit für Liebe. Ich erlaube mir Zeit für Freude. Ich erlaube mir Zeit, einfach zu sein. Ich erkenne immer mehr, dass das Leben für mich da ist. Ich erlaube mir Zeit für mich, dass das Leben für mich da ist. Ich bin für mich da. Ich lerne mich immer tiefer zu lieben. Ich lerne immer mehr, diesen jetzigen Moment wertzuschätzen. Ich lerne immer mehr, diesen jetzigen Moment wertzuschätzen. Heute bleibe ich ganz ruhig und entspannt. Ich bleibe heute entspannt, auch wenn es im Außen unruhig wird. Ich behalte mein Lächeln und meine Liebe, ganz egal, was im Außen passiert. Ich liebe mich. Ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll einfach, weil ich bin. Ich darf genauso sein, wie ich bin. Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, so zu sein, wie ich bin. Ich lerne immer mehr, bei mir zu bleiben, auch wenn es im Außen unruhig ist. Ich bleibe immer entspannter. Ich bleibe liebevoll. Ich öffne das Herz mir selbst gegenüber. Ich nehme mir heute die Zeit für Liebe, Genuss und Freude. Ich nehme mir heute die Zeit, um mir etwas Gutes zu tun. Und ich verschenke diese Liebe, diese Freude, die in mir ist, an andere Menschen. Ich freue mich auf den heutigen Tag. Ich freue mich aufs Leben. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich habe sogar noch ein kleines Geschenk für dich mitgebracht. Denn wir machen in diesem Jahr wieder unseren Adventskalender, wo du 24 achtsame Impulse für ein freudvolleres, entspannteres Leben in deinem E-Mail-Postfach bekommen kannst. Das heißt, du kannst dich jetzt völlig kostenfrei anmelden. Du kannst jetzt deine Chance nutzen. Das heißt, guck einfach in die Beschreibung des Videos und sei dabei. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und freue mich, wenn wir beide uns wiederhören beim Adventskalender oder hier bei den Affirmationen. Dein Peter Bär